ja hallo liebe campingfreunde ich bin hier in der vulkan eifel in schalkenmeeren auf einem hochmodernen neu eröffneten stellplatz da ist unten an der einfahrt dann die anzahl der stellplätze die frei sind ich kam da an und da stand natürlich die rote null kein platz mehr frei ja dann wollte ich mal gucken wo ich weiterhin hinfahre aber hier ist nur und da konnte ich halt nichts machen hat zum glück haben dann einer rausgefahren und ich habe dann auch einen platz bekommen ich zeige euch mal den platz so so naja ich bin hier auf dem rundweg und das schalkenmeerenama genau so ist es so 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 ja hallo liebe campingfreunde ich bin immer noch in der vulkan eifel auf einem bauernhof bei andreas einem campingfreund und der macht gleich eine führung für mich eine privatführung da freue ich mich schon sehr drauf ich zeige euch das dann gleich so 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 Untertitelung des ZDF, 2020